Ich weiß, es ist viel verlangt, aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte, der Außenposten ist wichtig, aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kürat ist auf den Schutz des goldenen Pfares angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.